und hiermit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir müssen eine Besenverbesserung bei All Be Weakest kaufen und ich würde mal sagen, das machen wir auch mal direkt, wenn ich den Eingang hier finde. Und zwar hier. Ich muss glaube ich auch noch ein paar Sachen verkaufen. Halloschen, sie haben mich doch hergebeten. Kann ich mir gerade so leisten. Das brauche ich nicht. Das ist auch schwächer. Das ist besser. Das ist schwächer. Das auch. Das auch. Mit dem 68, 66. Okay, dann kann das hier weg. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann weg. So, dann kann ich mir das jetzt auch hier definitiv leisten. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie da verhalten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Haha. Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Brandrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Glauben Sie. Die schrecken mich nicht ab. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann eine Melder. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ditto. Der Himmel ist die Grenze. Wir wollen mit Freude von Mr. Bickel sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davon schleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Ja, den nächsten. Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Treff mich im verbotenen Wald. So much to do and just so little time. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Weltkarte. Oh, du liebes. Oh, gut. Und daran, wo ich noch niemals war. Okay, dann würde ich mal sagen, klappen wir erstmal immer die Feuerplätze ab. Wenn wir schon dabei sind, dann wird das heute ein. Ich klappere alle Flohrflammen ab. Kann ich mir vorstellen, wie umständlich das Reisen vorfällt. Ja, kann ich mir vorstellen. Deswegen werde ich mir auch alle Flohrpulverplätze jetzt aktivieren lassen. Und vielleicht mache ich auch ein paar Mellins Prüfungen. Woher komme ich denn jetzt am besten dorthin? Woher komme ich denn jetzt am besten dorthin? Und ich mache zuerst die Mellins Prüfung. So. Was ist denn hier meine Aufgabe? Ah, wieder Schmetterlinge fangen. Okay. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja, einmal sammeln. So, jetzt muss ich die Schmetterlinge suchen. Und da sind schon welche. Hier kommt bitte mit. So. Da sind die Nächsten. Das ist ja easy peasy hier. Kommt ihr bitte mit. Muss ich gleich noch gucken, wo die anderen sind. Hier sehe ich schon mal keines. Meistens immer in der Nähe. Ah, da hinten sind die. Okay. Bitte kommen sie mit. Ich benötige sie. So. Wir gehen einen kleinen Umweg. Habe ich gerade so entschieden. Oh, Katzen. Was macht ihr jetzt schon wieder für einen Unsinn? Nein, 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 nein. Ich möchte erstmal eine Quest hier machen. So. Immer im Unsinn bauen. Achso. Du. Du bist es. So, weg mit dir. Leute, was macht ihr denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich folge einfach dem Weg, der mir jetzt da angezeigt wird. Das sollte ja in der Regel der richtige Weg sein. Hier ist auch noch eine Seite. Verlassene Behausung. Diese verfallene alte Behausung bot reisenden Hexen und sauberern Schutz vor den Elementen. Im Laufe der Zeit begann der umliegende Sumpf jedoch die Hütte zurückzuerobern. Heutzutage beherbergt sie nur noch den ein oder anderen Sumpf gerade da. Ich kann da auch nicht rein. Ah, da ist eine Truhe. Oh, ich habe tatsächlich mal 25 Tränke. Wow. Bisschen Money, 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 Money. Tut mir immer gut. So. Okay. Bisher sehe ich keine Gegner, das ist gut. Ach du liebes bisschen. Och, nö. Ich habe gesagt, ich sehe keine Gegner und dann sind ja Gegner. Ich werde... Wir werden nicht gegen einen Troll kämpfen. Da ist auch schon ein Troll, ach Mensch. Ich kann mich auch einfach da ranschleichen. Ich gehe einfach da rein. Jetzt hat niemand gesagt, dass man mich nicht sehen darf. Lalalalalalalalalala. Lalalalalalalala. Kommt mir vor, als wären es schon Stunden. Hat niemand gesehen. Ich blindere euch da mal kurz. So. Oh, da oben ist eine Mehrdienstprüfung. Ich wird wahnsinnig nett. Ich muss hier lang. Oh, da oben ist ein Troll. 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 Ich habe mich nicht gesehen. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Ach, liebes Bisschen. Oh, ich muss noch drei Kobolbel siegen. Oh, ich kann keine Zeug mehr mitnehmen. Oh, ich kann keine Zeug mehr mitnehmen. Oh, ich kann keine Zeug mehr mitnehmen. Ich habe mich nicht gehört. Schnell mal kurz aktivieren. Wunderschön. So, dann kann ich hier auch schon die nächste Flohrflamme aktivieren. So, ich muss sie erlangen. Oben ist ein gefürchteter Gegner. Kannst du dich bitte umdrehen, obert der Seltsame. Warum drehst du dich nicht um? Oh, 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 oh. Okay, ich wollte mal sagen, ich spreng die Party. Okay. Okay. Okay, bevor ich der Gegner besiegt. Oh, war doch ziemlich einfach, ne? War doch ziemlich einfach. Ja, ich höre ja schon auf. Jetzt einmal kurz sie aktivieren. Wunderschön. Oh, ist die See noch nicht erfrischend? Alter Kompass. Die Tatsache, dass dieser alte Muggelkompass hier fallen gelassen wurde, bedeutet wahrscheinlich, dass der Muggel, der ihn verloren hat, mittlerweile durch Wals wandert. Da können wir auch Ballons abholen. Ähm, dann würde ich mal sagen, brauche ich erstmal die Ballons hier. Ne, ich komme zurück. So. Eins. Zwei. Okay. Da unten ist der fünfte. Okay. Da unten ist auch ne Prüfung Meerdienst. Oho. Welch angenehme Überraschung. Mach ich das auch mal. In. Wo ist denn der andere, oder? Warte. Bombardier vor meinen Augen! Scheinbar gibt's denn noch irgendwo eine? Herr Eräonen. Och da. Das war auch der letzte. Wunderschön. So, dann muss ich jetzt nur noch mit meinem Besen dort hin. Nein, nicht wirklich. Hier ist auch eine Mehrdienstprüfung. Grab des Verrats. Ich mache jetzt hier erstmal ein paar Flo-Flammen und Mehrdienstprüfungen. Soviel zum Thema. Ich mache Quests und Nebenquests. Und mein Finger ist schon mal gut. Ich möchte es einmal ohne Sheet machen. Ich komme da ganz hoch. Ah, komme ich wohl. Okay. Okay. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Wäre lustig, wenn das jetzt nicht gezählt hätte, weil ich runtergefallen bin am Ende. So, dann einmal Karte. Wo ist die nächste Flo-Flamme? Direkt hier in der Nähe. Ah, was machen die Katzen jetzt schon wieder für ein Zeug? Ich weiß nicht, so viel ist runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin hier nur für die Flo-Flammen. Ich bin hier nur für die Flo-Flammen. Ich muss irgendwo in die Richtung. Das ist wahrscheinlich hier lang, genau. So, wie gesagt, das ist die Folge, wo ich jetzt wirklich alles auflöse. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns, ne? Er ist schwach. Du willst mir was vom Romantik erzählen? Ich bin hier nur für die Mitte. ist ja wo die ganzen gegner sind hier oben ist noch eines und da oben sind auch wieder luftballons recht gleich noch mal kurz die radio wenn ich es klar kommen wir hier ein wenig prüfung so ein bisschen abwechslung und ich weiß schon was der kommt wenn ich glaube ich brauche einen anderen zauber waffenrad das hier brauche ich noch nicht ganz auch nicht das hier reicht auch nicht okay das haben wir schon mal so das war easy wo ist jetzt das andere davon im nordkonalei aber wo ist jetzt das andere auch da oben okay okay Das ist auch so eine Aufgabe, die ein bisschen nervig ist. So, wo war jetzt nochmal das andere? Man konnte ja auch so... genau, da war was. Ja, komm schon. Hier ist einer der Altäre, die Professor Shah erwähnt hat. Können nur nachts benutzt werden. Ja gut, wir haben nachts... Ja, das ist ein Dreier. Aber ich glaube, das hier passt mir. Ja. Oh Gott. Na, das könnte hier so passen. Ein großer Hund. Mach ich noch die Balance. Oh, da ist eine Landebahn. Ja. Komm, dann machen wir das hier noch. Da hinten ist Nummer 5. Bisschen Action muss auch sein. Wir tun was für die Collectibles. Bing. Das ist auch schon wieder eine Merlingsprüfung. Ich werde wahnsinnig. Okay, ich muss aber in diese Richtung jetzt. Und zwar noch da ganz oben. Und wenn ich wüsste, wie ich jetzt da dran komme. Bin mir das jetzt auf der Kart angezeigt? Okay, ich muss hier dran. Aboinge. Aber lieber sammle ich das jetzt einmal auf. Anstatt, was ich hier wieder gesehen durch muss. Möchte der Anhänger. Oh Gott. Ist weniger nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Das war knapp. Das war knapp. Komm schon. Ich glaube ich brauche es nicht mehr. Halleluja, was man nicht alles machen muss für Abkürzungen. Wir haben es gleich geschafft. Nur noch 32. So. Geschafft. So. Dann ist hier die nächste Flohflamme. Dann nicht mal die Abkürzung. Ist dann heute nur ne Folge voller Floh sammeln. Floh sammeln. Floh flammen sammeln. Boah. Alles ruhig. Zu ruhig finde ich. Haltet zwei Gegner in der Luft. Fünf Sekunden. Haltet zwei Gegner in der Luft. Fünf Sekunden. Halleluja. Komm schon. Wunderbar. Ich hab nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderes. So. Okay. Dann geh ich mal hier lang. Rivellium. Rivellium. Ist schon wieder. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ah. Ich sehe schon. Was? Ich versuch's jetzt einfach mal. Ah. Ich glaube ich muss es nämlich dadurch schießen. Ui. Dann. Nein, 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 nein. Du musst da lang. Ja, was, 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 was warst? Nice. War eh auf dem Weg. Da hinten sind auch schon wieder Luftballons. Die nehme ich auch direkt mit. Ich trinke mal. Was passiert? Was passiert? Es passiert nichts. Ist auch wieder ein Ort der Magie. Können wir auch mal wieder machen. Kein Zutritt. Habe ich das jetzt oder habe ich es jetzt nicht? Ähm, das schaue ich mir gleich nochmal an. Ah, das sieht so aus, als muss es eh so lang. Hier. Was ist das Schlamme? Gut, ja, dann mache ich gleich noch. Tschüss. Ihr habt mich nicht gesehen. Überhaupt nicht. Denn sind auch schon wieder Ballons. So, ich würde mal sagen. Hier ist Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Vier und fünf. Und da ist sogar eine Landebahn. Wunderschön. Gut, dann würde ich jetzt mal für diese Folge sagen, mache ich Schluss. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Hogwarts Lexi. Bis dahin. Tüdelü. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank.